Willkommen zu unserem heutigen Bericht darüber, wie die Position von Sonne und Mond unsere Gefühle und Verhalten beeinflussen können. Ich heiße Justina Finkelstein und wir werden uns mit der Tagesenergie, mit der Transit Veta in Human Design auseinandersetzen. Ich werde dir berichten, wie die kosmischen Kräfte heute unser tägliches Leben beeinflussen und wie wir unser volles Potenzial entfalten können, indem wir uns bewusst mit dieser Energie verbinden. Die Sonne und der Mond sind zwei der wichtigsten Himmelskörper in Human Design System. Sie haben eine bestimmte beeinflussende Energie, die an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung steht. Jeder von uns kann anders auf das Transit Veta reagieren, je nach unserem Human Design Typ. Daher ist es wichtig, unsere eigene Reaktion zu beobachten und zu verstehen, um die Energie des Tages optimal zu nutzen. So können wir uns besser auf unsere Aktivitäten und Projekte einstellen und uns insgesamt besser fühlen. Eines der wichtigsten astrologischen Elemente in Human Design ist die Sonne. Die Sonne liefert uns tagtäglich 70% ihrer Strahlkraft und kann uns helfen, uns aktiv und produktiv zu fühlen und unser Selbstvertrauen zu stärken. Heute, am 5. März 2023, um 8 Uhr, ist die Sonne im Tor 63-4. Mit dem Tor 63 haben wir noch die kommenden drei Tage in der Welt das Thema Verifizierung, anders gesagt Oberprüfung. Wir haben den Druck und Zweifel, der nach erneuter Oberprüfung verlangt, um ein Verstehen zu ermöglichen. Tor 63 ist ein mentaler Druck, der dazu führt, dass man Zweifel hat und erneute Oberprüfung benötigt, um wirklich zu verstehen. Tor 63 repräsentiert einen skeptischen Verstand, der immer wieder Fragen stellt und Antworten benötigt, bevor er Vertrauen aufbauen kann. Die Energie, die kommende drei Tage noch anhält, ist darauf ausgerichtet, Zahlen, Daten und Fakten zu sammeln, um ein sicheres Muster für die Zukunft zu finden. Es ist das Energie des Fragenstellens und des Hinterfragens, um sicherzustellen, dass Ideen, Projekte und Vorstellungen gültig sind und als Grundlage für die Planung der Zukunft dienen können. Die Kernkompetenz des Tores ist die Verifizierung, also Oberprüfung, und es ist bestrebt, alles in Frage zu stellen. Es wird uns heute kollektiv empfohlen, eine Inventur durchzuführen, eine Bestandnahme, eine Bilanzziehung für die Ordnung der Zukunft zu machen. Diese Energie ermöglicht uns eine detaillierte Rechenschaft über einen erfolgreichen Prozess und bildet die Basis für eine sichere Weiterentwicklung und Wachstum. Doch wir sollten uns bewusst sein, dass der Schatten in Form des Risikos besteht, zu glauben, der Zweifel seien ausgeräumt und dabei wichtige Details außer Acht zu lassen. Es ist daher ratsam, auch bei vermeintlich erfolgreichen Prozessen weiterhin kritisch zu bleiben und alle Aspekte sorgfaltig zu prüfen. Du kannst heute darauf achten, was das Tor mit dir heute macht. Ich werde das definitiv bei unseren Baumaßnahmen auch kritischer hinterfragen. Ja, wir freuen uns definitiv auch auf deinen Bericht darüber. Ja, der Mond gibt uns unseren Fokus und beeinflusst unsere Gedanken und Handlungen. Bei 2% der Bevölkerung, bei Beobachtern, Reflektoren und mentalen Koordinatoren, mentalen Projektoren hat der Mond tagtäglich besonders starken Einfluss. Heute ist der Mond im Tor 4.1. Mit dem Tor 4 haben wir Thema Thesenbildung. Selbst aufgestellte Thesen und Vorstellungen trotz des Zweifels, den Unwissenheit mit sich bringt, für gültig halten. Heute unterstützt der Mond Energie jede mentale Verarbeitung von Wissen, Annahmen und Vorstellungen zur Sicherung der Zukunft. Es umfasst die Fähigkeit, logische Antworten auf Fragen zu bilden und die Vorstellungskraft, um die Zukunft zu prognostizieren. Es ist jedoch wichtig, diese Thesen und Vorstellungen zu hinterfragen und auszutesten, dass sie manchmal nicht optimal oder sogar schädlich sein könnten. Das Tor 4 reagiert auf Unverständnis mit Ablehnung und begründet diese mit logischen Ursachen, was echtes Verständnis behindern kann. Es ist daher von grossen Bedeutung, alle Aspekte eines mentales Konstruks objektiv zu überprüfen, um revolutionäre, geniale Veränderungen in der Welt zu bewirken. Das Potenzial des Tores besteht also darin, Meinungen zu bilden und Antworten auf alles zu suchen. Es wird heute kollektiv empfohlen zu beachten, dass das Verstehen von richtigem Timing abhängig ist, insbesondere in heutigen Mondenergie, wo die Dummheit und Beschränktheit unterstützt wird. Es gibt heute die Energie für Freude am Torheiten zu haben, die aufgrund des richtigen Timings vergnüglich sein können und auch nicht bestraft werden. Allerdings besteht auch der Schatten, dass wir uns Antworten und Thesen ausdenken, die aufgrund ihrer Beliebigkeit und des falschen Timings als Dummheit entlarvt werden. Also Vorsicht! Du kannst heute darauf achten, was die beiden Tore mit dir heute machen. Und ja, uns ist wichtig auch, dass du die Tageswetter verstehst und beachtest. Und ja, bitte beachte, dass wir alle unterschiedlich auf das Tageswetter auch reagieren können. Und es ist ratsam, dein eigenes Empfinden zu beobachten und zu lernen, wie die Sonne und Mond auf dich wirken. Wenn du noch nicht weißt, welcher Human Design Tipp du bist, kannst du gerne den Link unter dem Video oder im Bio nutzen, um dich für eine kostenlose Analyse und ein kurzes Reading bei uns anmelden. Wir danken dir für alles, was du bist und tust und für deinen persönlichen Beitrag in die Zeit des Wandels. Wir freuen uns über deine Anerkennung, über Videos teilen, Kanalfolgen, Herzen, Daumen hoch und Kommentare. Und senden dir Frühlingsgrüße aus unserer neuen Heimat Kroatien. Und ja, bis morgen, deine Human Design Coaches Justina und Daniel.